Hallo meine Lieben. Wie abhängig ist man von seinem Handy? Ich bin vor ein paar Tagen durch den Wald gefahren, bin ausgestiegen, weil ich was checken musste am Auto und bin wieder eingestiegen, bin nach Hause gefahren und habe ein paar Stunden später gemerkt, dass mein Handy futsch ist. Dann habe ich so rekonstruiert und dann habe ich gedacht, oh, das hatte ich auf dem Schoß liegen und als ich ausgestiegen bin, ist es mir wahrscheinlich aus dem Auto gekippt. Dann habe ich mich abends, war schon düster, in diesen schrecklich gruseligen Wald begeben, habe mein Handy gesucht und wie gesagt, ich habe es gefunden. Ich muss ein paar Mal über dieses Handy drüber geschreddert sein mit dem Auto, also da war nichts mehr zu machen. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, der war gerade Gott sei Dank in Vancouver und der hat gesagt, nee, nee, komm, ich besorg dir Neues. Dann kam er einen Tag später, nee, zwei Tage später, kein Handy, ich nicht, man musste mich über eine deutsche Nummer anrufen, was natürlich dann unglaubliche Kosten waren, um mich überhaupt erreichen zu können. Eigentlich war es ganz schön und ich konnte zwar Gott sei Dank mit meinem iPad noch meine E-Mails abfragen und konnte auch in Facebook rein, aber ansonsten merkt man, wenn man so ganz ohne Handy unterwegs ist, wie unsicher man auch wirkt. Ich habe gedacht, oh, gehe ich jetzt wirklich noch diesen Berg rauf, wenn mir da oben irgendwas passiert und ich fliege hin, dann kann ich nicht um Hilfe rufen und so. Also es war ein echtes Unsicherheitsgefühl. Soll ich mit dem Kajak rausfahren, wenn mir irgendwas passiert, kann ich auch nicht anrufen, das Auto ist nicht so ganz in Ordnung, wenn ich da liegen bleibe und so. So, gut. Ein seltsames Gefühl, wirklich, da merkt man mal, wie abhängig man plötzlich wird. Auf jeden Fall kam mein Mann zwei Tage später an und sagte, oh, ich habe da neues Handy dabei in der roten Tasche. Ich sage, welche roten Tasche? Ich sehe keine roten Tasche. Ich sage, natürlich, es ist doch in der roten Tasche. Ich sage, du hast keine rote Tasche mitgebracht. Ja, die rote Tasche stand nach wie vor in Vancouver in der Lobby, Mutterseelen alleine und konnte mir dann aber Gott sei Dank am nächsten Tag geschickt werden. Gott. Und jetzt habe ich also ein neues Handy. Und übrigens, das mit dem Umdrehen von diesem Ding hier geht immer noch nicht. Also irgendwie drücke ich da immer, da mache ich aber nur Fotos von mir selber. Also ich muss es halt immer noch so machen. Ja, und da habe ich mal überlegt, wie haben wir das früher eigentlich gemacht, als es keine Handys gab. Aber irgendwie ging es. Wir haben das alle überlebt. Also ich war jetzt fünf Tage Handy frei. Fünf Tage habe ich mir überlegt, wo ich spazieren gehe, dass ich nicht abstürze oder irgendwas. Fünf Tage bin ich schlotternd mit meinem Auto gefahren, dass ich nicht hängen bleibe. Jetzt kommt endlich der neue Keilriemen. Und ich war nicht erreichbar für meinen Mann. Ja, tschüss. Ich war nicht erreichbar für meinen Mann. Ich war nicht erreichbar für den Ribbon. Und ich ist erreichbar für meinen Mann. Und ich war nicht erreichbar für den Lieben. Vielen Dank.